Nächste Übung ist für die Beine hauptsächlich. Wir springen in die Sumo-Stellung, das heißt die Beine sind leicht nach außen gespreizt. Einfach springen so weit runter bis die Zehenspitzen den Boden berühren, dabei Blick nach oben und Rücken und Bauch sind angespannt. Wieder zurück, Beine so schön naheinander wie es geht und wieder runter.